hallo und herzlich willkommen wir machen weiter mit diablo und zwar der finsternis wie das aussieht haben wir hier alles fertig und wir müssen hier weiter landen genau noch ein paar gegner gehabt und hier oben liegt auch noch gold das nehmen wir auch noch mit genau und da geht es dann weiter nach ebene 5 labyrinth ebene 5 das schauen wir uns natürlich auch an das ist jetzt hier ein bisschen aus wie das labyrinth ja wie heißt schon bis dahin haben wir steinclan in jedem level oder beziehungsweise in jedem level gibt es da einen bestimmten clan der dort haust das war jetzt der steinclan gewesen vorher hatten wir den fleischclan und da gibt es dann unterschiedliche straten das zirrt euch dann mal nicht so fässer könnte ja auch was lustig sein was bisher nicht so gewesen da kann ich ja gar nichts machen ok ein paar wagen unterwegs die kreaturen alles klar da geht es hier weiter flügel der dämonen die großen ja gehen jetzt auch nicht ohne das ist wie die immer gesagt haben da haben wir eine steinplatte gibt aber schlimmer ich wollte schon sagen es gibt schlimmer dann kommt dann die flügel der dämon hier als frost der ist jetzt aber nicht so schlimm wenn es mal erreicht genau perfekt coole schwert die maske ist gleich sag ich mal jetzt gucken wir uns gleich noch genauer an da haben wir nichts ach hier geht es rum deswegen alles klar dann passt es so sagen wir hier einen magischen stein oh schön nicht schlecht da kommt bestimmt irgendein Vieh dafür oder das ist ja normalerweise immer so dass dann irgendein Boss kommt aber diesmal nicht ah da haben wir was da hinten Bluthaut ok da passen wir auf jeden Fall mal auf wenn dann ein Boss dahin ist dann irgendein Boss ist dann ich sehe es gar nicht das sollte wohl ein genau ein Tiermensch sein das hat mich auch gut getroffen oh wir haben ja was Coltes gefunden schön ein Streitkolben das kann nur hilfreich sein für uns das schreien der Erfahrung da geht es Ebene 6 ich muss nur zurücklaufen denn ich habe die andere Seite gar nicht erforscht wir wollten ja alles machen das machen wir jetzt natürlich auch uns alles anschauen dann rüsten wir uns natürlich heraus dementsprechend wird ja auch sein dass das jetzt so schon gepasst hat und das dann nur ein Raum war wenn ich hinlaufen habe dann werde ich das natürlich nicht erfahren da geht es den ganzen Weg zurück da mal Gold liegen lassen warum weiß ich nicht geht ja gar nicht da auch so das war jetzt der Raum gewesen wir wollten da hinten gucken genau da da geht es nämlich nicht weiter mal gucken was wir verpasst hätten wenn wir den hier nicht gelaufen wären ah Buch des Blutes ganz eingesperrt hinter dem Tor des Blutes jenseits der Halle des Feuers wartet der Helden Mut darauf dass der Held des Lichts erwacht das heißt hier hinten mal einen extra Dungeon gibt es den da gibt es den da haben wir den mit dem des Blutes da gibt es auch noch den 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 anderen halt ne ich frage jetzt an wie der heißt das ist jetzt äh 3 3 Stück äh 3 Kugeln die wir draufsetzen und die kommen dann schon gerade raus das ist natürlich dann schon mal eine ganz andere Sache da drin da gibt es noch eine schöne Kiste für Natur Items da hat sie uns da hat sie uns da hat sie uns verlassen mit dem ganzen Mana da da sind ganz schön viele jetzt aber noch noch eins so ich brauche ihn jetzt als noch rein spüren mich hier auch nicht jetzt immer rein und wir legen die Kugel immer wieder drauf eine fehlt noch jetzt geht es eben hier runter da haben wir auch wieder eine ganze Rorte das sind auch ganz schön Blut Golems da gibt es dann nachher noch die andere Steigerung Container die sind dann mal richtig übel wenn man nicht aufpasst ansonsten ist alles ganz cool da ist der letzte ah komm schon wir haben gleich ein Level ab dann habe ich wieder Mana ok coole Sache nehmen wir uns natürlich mit und da geht es nicht rein wegen dieser Kugel ok so jetzt ist die hier auf da will ich jetzt aber doch gar nicht hin wir laufen erst mehr runter denn die hier ah die geht noch nicht auf schade da müssen wir erstmal da oben schauen die geht auch noch nicht auf ah ich sehe schon so Rüstungsständer ok da haben wir naja gut wir wissen ja wie es mit den Rüstungsständern aussieht bei Diablo da ist zu 90% nur Schrott dran da ist gar nichts hier hinten da ist auch nichts jetzt können wir ja so rumlaufen ich glaube fast nicht mehr das ist verschlossen ja gut die Türe bringt uns ja jetzt auch nichts die hier ja so jetzt haben wir das natürlich blöd gemacht an dem Mechanismus ach jetzt ist es auf das ist hier nichts jetzt muss ich nochmal schauen ne geht hier drinnen ah mit Ruhe so das war's jetzt geht's zurück ja war das jetzt gar nicht mehr so schlecht gewesen sonst hätten wir uns jetzt echt verpasst wenn wir dabei gelaufen wären wir haben jetzt Level 12 und wir haben eine Truhe gefunden ein Rätsel gelöst und es war ja schon mal gar nicht so schlecht gewesen so nicht schlecht da oben haben wir dann den Ausgang ausgaben was ist das ach ja das ist ein ein Schrein genau so jetzt wollen wir uns aber erstmal die Ausrüstung anschauen bevor wir hier weitermachen fangen wir mal hier an wir haben hier ups gar nicht so schlecht oder der hat 16 der hat 10 das ist nicht schlecht hier gibt es auch den Streitkolben noch der ist ganz unten hier mal schauen was der hat der ist natürlich mal richtig fett Odins Sohn 25 Leben gut getöteten Gegner Chance auf Kettenblitz das das Ding ist geil das wird genommen Rüstung haben wir nix die haben wir auch nix das hier ok ja die ist schon gut die können wir halten Ringe haben wir ja Fertigkeiten überschaubar Dornenhaut ok so mein Begleiter der hat jetzt 9,5 das Ding ist natürlich natürlich mehr Wumms ausgezeichnet er kriegt halt echt gar nix er kriegt nie irgendwie was ab mal gucken wie es aussieht das ist schon ein ganz cooler Hammer so Kettenblitz ist schon schön wenn man hat so das war jetzt ah 6 ok Labyrinth Nummer 6 da gehen wir auch durch da haben wir Fässer Fässer halt ne und hier jetzt habe ich mich verhakt ok die sind da hinten das ist genau so ein Dungeon wie wir ihn kennen von der Suche nach Atria da ist natürlich ein bisschen mehr zu das Ding das hier das ist natürlich klar und die können ja natürlich mit solchen Viechern auffahren das geht natürlich nicht da werden wir gleich platt so nein das ist jetzt hier ja ich wollte es nicht sagen sind sie schon hinterher da haben wir noch Steine gehabt hier drinnen Fledermäuse hier drinnen Fledermäuse hier drinnen Fledermäuse hier drinnen hier drinnen Fledermäuse hier drinnen hier drinnen in irgendeinen blöden gegner rein rennt ist jetzt nicht ich habe jetzt mal auf normal gespielt das Ding wenn man nur ein Leben hat dann sollte man mit Level 1 auch lieber auf normal spielen man hätte vielleicht noch auf Profi spielen können aber das ist dann einfach zu hart das beim Schlechtern in Level 2 da jetzt den Geist aufgegeben wir wollen ja nicht unseren Charakter verheizen wir wollen ja sogar einen hier durchführen da war jetzt noch eine Tür die können wir ruhig zulassen diese Flügel der Mond sind auch nicht zu unterschätzen normal sind die ganzen Gelette hier dann schauen wir mal was in der Kiste drin ist sieht ein bisschen aus wie eine prächtige Truhe ist aber letztendlich nur eine Truhe das sieht man dem was da raus fällt da geht es nach sieben ok das ist natürlich überhaupt nicht unser Ziel da lang aber wir wollen den Rest auch nicht erkunden wie gehabt und dazu geht es erstmal hier oben weiter jetzt sollte man mal gespeilen sehe ich gerade oben rechts das ist ok so ich glaube mal na da sind wir die ersten in die Richtung gehen wir in die Richtung wo die Freunde herkommen nach oben können wir immer noch die nächsten Feuer-Clan-Sprecher und diese geflügelte Dämonie ich sag ja da muss man schon aufpassen jetzt nicht auf die normalen aber wenn da ein Boss dabei ist dann kann das schon reinhauen da hinten haben wir gar nichts das ist auch mal schön da oben ja hier genau Stein-Clan teilen sich das ganze hier Stein-Clan und der Feuer-Clan die der Feuer-Clan auf der die 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 knochen So spricht der Herr des Schreckens. Und so steht es geschrieben. Ledermannschetten erkennt. Das ist was für unseren Händler, das ist der Verkauf der Krampf. Bogen schützen. Fässer. Man sieht, da kommt echt nichts raus. Aus diesen ganzen Fässern, Särgen und sowas. Schon schade. So, da noch ein. Das ist ja wirklich nicht gerade klein, dieser Dungeon hier. Da geht es zurück. Oh, da war ein Boss gewesen. Dann haben wir jetzt gar nicht so gut. Blutgerinne. So wird ja... okay. Und erledigt Ledermannschetten diesmal eben gut. Und wir machen uns auf dem Weg nach oben. Damit es eigentlich auch anders herum laufen können. Rein theoretisch. Aber okay. Das soll mal nicht so schlimm sein. Jetzt schauen wir uns nämlich im nächsten Teil den Dungeon hier an. Da guckt ja nichts raus, ne. Die Kammer der Knochen. Im nächsten Teil, der macht es gut. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video. Oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut. Bis bald. Bis bald.